Ein Renault Colios Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Die weiße Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 6000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2017. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an das 6-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.